Yo Freunde, herzlich willkommen auf dem Kanal EP Alente und das ist die erste Folge von Ask Alente, meinem neuen Format neben den Vlogs und den Let's Plays. Und hier möchte ich euch quasi eure Fragen beantworten, die ihr mir auf Twitter unter dem Hashtag AskAlente stellen könnt oder ihr schreibt es einfach in die YouTube-Kommentare. Und wir fangen auch gleich mit der allerersten Frage an und die lautet... Wie bist du eigentlich auf deinen Kanalnamen gekommen? Ja, wie bin ich eigentlich auf meinen YouTube-Kanalnamen gekommen? Ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht, wie ich auf Alente gekommen bin. Es hat auf jeden Fall was damit zu tun, dass die Pasta, also die Nudeln im Italienischen, wenn die ideal geworden sind, also quasi perfekt, dann nennt man die Alente. Und vielleicht habe ich mir irgendwann mal gedacht, gut, vielleicht wenn ich jetzt Let's Plays mache oder generell Videos und die quasi ideal oder perfekt sind, dass sie dann Alente sind und so bin ich vielleicht irgendwie auf den Namen gekommen. Aber selbst weiß ich das nicht mehr, denn meinen Kanal gibt es ja jetzt schon seit fast drei Jahren. Also Ende 2012 habe ich ihn erstellt, das weiß ich noch. Und da hieß ich auch nur noch, also nur LP Alente und nicht Sir LP Alente. So, jetzt kommen wir direkt zur zweiten Frage. Wieso hast du mit YouTube angefangen? Ja, wieso habe ich mit YouTube angefangen? Das war so die Zeit, als Let's Plays gerade so richtig im Trend waren. Da hat Gron angefangen mit seinem Minecraft-Let's Play, was ja dann auch über 1000 Folgen ging. Und da haben wir dann noch jeden Tag gewartet, wann kommt die neue Folge Minecraft raus, da kann ich mich noch dran erinnern. Und einige werden das von euch auch noch wissen, wo er dann zum Beispiel in diesem komischen Berg da sein Haus mit Glas gebaut hat. Und das war halt alles noch so ein komplett anderes Feeling, da war Minecraft doch was Neues. Und ja, dann haben wir halt immer Gronk geguckt und auch so Sarah Zahn. Die hatten noch nicht viele Abonnenten, was heißt noch nicht viele? Ich glaube, die hatten so 300.000 Abonnenten. Und irgendwann haben wir dann angefangen, das selbst zu machen. Dann haben wir uns mit einer Kamera hingesetzt, die stand dann so hinter einem, hinter dem Rücken. Hat quasi auf dem Bildschirm gefilmt. Man hat dazu einfach geredet. Das war natürlich richtiger Müll eigentlich, wenn ich das jetzt so im Nachhinein betrachte. Weil man hat den Rand gesehen, der Sound war nicht gut. Und generell, es war halt einfach der Spaß an der Freude, muss man ganz ehrlich mal sagen. Und wir haben das zum Glück auch nicht hochgeladen. Ich habe dann angefangen mit Philipp von Bravio, der ist auch auf meinem Kanal verlinkt. Haben wir dann angefangen Minecraft Let's Places zu machen. Drei Folgen auf einem Amachi-Server, der selbst gehostet war. Und das hat auch geleckt, wie sauer. Also einige von euch werden vielleicht die Folgen noch kennen. Und die habe ich jetzt auch auf privat gestellt, weil es dann doch irgendwie zu schlecht war. Und ich mich damit eigentlich auch nicht mehr identifizieren möchte. Aber zum Beispiel guckt euch mal so meine ersten Singleplayer-Let's Places an. Zum Beispiel Plants vs. Zombies. Da habe ich auch noch eine richtig hohe Stimme, da war ich natürlich im Stimmenbruch. Aber ich lasse es einfach auf meinem Kanal. Es ist zwar sau peinlich, aber es gehört eigentlich auch dazu. Und jetzt kommen wir auch zur dritten Frage. Was animiert dich eigentlich, Videos zu machen? Ja, was animiert mich, YouTube weiterzumachen, beziehungsweise überhaupt YouTube-Videos zu machen? Eigentlich ist es wirklich, das Feedback von euch zu bekommen. Das ist einfach ein richtig cooles Gefühl, zu wissen, dass das, was man macht, dass das auch angenommen und dass es Leuten auch Freude macht. Und das ist eigentlich so das, was mich an der Sache hält. Und generell der Spaß, was ich so an Kreativität in meinen Videos auch mit reinbringen kann. Und ich finde, das ist so die Hauptursache, warum ich überhaupt YouTube mache. So, das war es schon bei der ersten Folge Ask Alente. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt die unten in die Kommentare oder auf Twitter. Da werde ich die dann entweder sofort auf Twitter beantworten oder mit in das Format reinnehmen. Und jetzt werde ich auch erstmal die Standardfragen, die eigentlich am meisten gefragt werden, beantworten. Das waren jetzt schon in der Folge Fragen, die eigentlich so am häufigsten gestellt werden. Und wenn euch das Format gefallen hat, würde ich mich richtig über den Daumen nach oben freuen. Das ist zwar jetzt noch alles recht unprofessionell, beziehungsweise ich will es noch verbessern. Und wie gesagt, wenn ihr das unterstützen wollt, beziehungsweise wenn da noch mehr kommen soll, zeig es mit einer Bewertung oder einem Abo. Schreibt vielleicht auch einen Kommentar, was ich verbessern sollte. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.